...in Northcrest Manor. Und da ist was Schlimmes passiert. Etwas ging schief. Was geschah mit mir? Was geschah mit Aaron? Sehr gute Frage. Vor einem Jahr versuchten Männer, die dachten, sie würden alles wissen, etwas zu kontrollieren, das sie nicht verstanden. Was war denn das? Sie störten die Balance. Wir alle spüren es. Das ist deine Antwort. Nichts Genaues. Als die Bettler dich fanden, nach dem Unfall, dachten sie, du wärst tot. Aber das warst du nicht. Also heilten wir deinen geschundenen Leib und brachten dich aus der Stadt. Und dann warteten wir. Doch dann, nach dem Ausbruch, der Schwermut weckte dich etwas auf. Es war Zeit für dich heimzukehren. Diese Stadt ist krank. Sie wird dir alles erzählen, wenn du ihr zuhörst. Pass auf, Garrett. In den Schatten gibt es Schlimmeres als dich. Na gut. So schlimm kann es ja nicht gewesen sein. Ein Fähigkeit öffnet das Journal, um deine Fokusfähigkeiten zu verbessern. Geil. Spende die Königin der Bettler Gold, um Fokuspunkte zu erhalten. Verwende diese, um deine Fokusfähigkeiten zu verbessern. Das ist ja cool. Ach, jetzt steht sie hier auf einmal. Was ist denn das? Die alte Gießerei. Ja, mal gucken. Wie wäre es mit einer kleinen Spender? Im Gegensatz gebe ich dir Punkte für die Verbesserung deiner Fokuspunkte. Okay. Refuse. Ja, ist ja nicht so, dass man hier im Deutschen ist, mittlerweile mit der Übersetzung. Wir sehen uns wieder. Ganz gewiss. Ja, ja, ja. So, jetzt muss ich aber trotzdem mal das Journal angucken. Sammlerstücke, städtische Denkmals-Tafeln. Und das Ding und Kapelle hat man auch schon. Die Documents. Da waren ein paar Zeitungen bei. Fokus-Upgrades. Hier haben wir es doch. Intuition. Entfernte Elemente in der Umgebung werden hervorgehoben. Beute und interaktive Objekte sind blau. Bedrohungen und andere gefährliche Elemente sind rot. Fähigkeit, versteckte Beute und Sammlerstücke aufzuspielen. Handabdrücke zeigen den Weg. Cool. Das braucht man sich eine Menge Zeit. Fähigkeit, arglose Personen schnell mehrere Objekte zu stehlen. Fähigkeit, sich die Funktionsweise von Schließmechanismen bildlich vorzustellen. Erhöht die Geschwindigkeit, mit der Schlüssel geknackt werden können. Okay. Fähigkeit, Geräusche von Gefahren in unmittelbarer Umgebung visuell zu orten. Das ist ja cool. Die Reichweite in der Geräusche visuell geordert werden können. Ne, brauche ich auch nicht. Kampf. Fähigkeit, Gegner mit einem einzelnen Schlag zu betäuben. Visiere dazu mit aktivierter Fokussicht den Torso des Gegners an und drücke Maustaste 5. Ich glaube, auszuschalten, Visiere dazu. Ba, ba, ba. Cool. Jetzt die Frage, wie kriege ich die Fokussicht an? Tempo beschleunigt deine Aktion im Kampf beim Zielen und beim Schlüsselknacken leicht, indem die Welt um dich herum verlangsamt wird. Oh, schick. Senz reduziert die Verbrauchsrate von Fokusenergie leicht und erheblich. Die Sichtweite beim Zoom erheblich. Fokussicht muss dazu nicht aktiviert sein. Und Tarnung. Fähigkeit, sich leise zu bewegen, während man Fokus benutzt, verringert die Reichweite von dir gezeugter Geräusche eins, schließlich aller Geräusche auf lauten Oberflächen. Fähigkeit, verbogen zu bleiben, während man Fokus benutzt, behalte den Vorteil der Schatten für eine ganz kurze Zeit, wenn du ins Licht trittst. Sehr schön. Ich glaube, Intuition wäre fast schon das Feinste. Oder das. Scharfsinn. Ah, dann nehmen wir doch mal... Intuition. Hoffen wir einfach mal, dass das funktioniert. Oh, freischalten. Möchtest du diesen Kauf wirklich abschließen? Ja. So, für den... Zeig den Weg. Upgrade vollständig. Sehr schön. Na dann, gucken wir uns das Ganze mal an. Habe ich denn hier irgendwo was, mit dem ich interagieren könnte, oder was ich auch machen kann? Weil das Blau hervorheben hatten wir ja schon. So, wo ist immer der Staub zu Staub? Kapitel 2. Jep. Feicher Vorgang beginnt. Bam, 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 bam. Das ist nicht mehr die Stadt, die ich kenne. Ich erinnere mich an den Unfall auf Northcrest Manor. Als wäre es gestern gewesen. Das Ritual der Diebstahl der Kralle, Arons Sturz, ihr Tod, das werde ich nie vergessen. Doch nun hängt Krankheit in der Luft und auf den Straßen herrscht der Dot. Dieser Ort war nie ein Rosengarten. Aber so schlimm wie jetzt war er nie. Meine Herren. Wir haben den ganzen Tag Leichen geschleppt. Wir würden gern fertig werden. Hast du diese faule Kanalratte gehört? Seid froh, dass ihr den Karren zieht und nichts selbst draufliegt. Wow. Die Szene war ganz schön grau aus mittlerweile. Da ist kein Blut mehr drin. Von Karren habe ich genug. Ich finde einen anderen Weg. Hier ist auch dieser schwarze Regen, in dem Fall über Schnee. Das ist dann der Staub wäre, der in die Luft geblasen wird und langsam nach unten kommt. So, jetzt muss ich aber mal schauen hier. Fokus-Sicht. War das Q? Muss mal schauen. Entweder das Y oder Q. Eins von beiden. Muss mal schauen, was war. Das war... E und F ist klar. Ach, F war Fokus. Ne? Dankeschön. Was war Q? K.O. Schlag. Ja, das war das. Okay. Und... Was haben wir noch? Was war Y? Zoom und Beobachten. Ah, sehr schön. F wie Fokus. Geht schau. Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Rattenfolle. So. Jetzt die Frage. Fokus. Erhöht der sich oder regeneriert der sich wenigstens leicht? Fokus regeneriert sich, Leben nicht. Das ist doch mal schick. Das Auge. Cool. Was auch immer das bedeutet. Ist das geil. Also wir sind ja wie gesagt von hier gekommen. Dann gucken wir uns mal um... Okay, nach oben oder nach unten. Auf dem Fall müsste ich wohl nach... Hey. Ich will erstmal hier lang. Muss mal schauen, wo es hier oben lang geht. Wow. Okay. Vielleicht doch nicht. Es wird spät. Und nach unten bitte. Etwas schneller. Danke. Und nach unten. Das griselt so krass. Das ist ja genial. Ich fühle mich nicht erst im Fassen. Aber Fokus regeneriert einfach ganz schön langsam. Ich würde gerne mal wissen, wie man das erhöhen könnte. Das tut weh. Ich bin neuerdings so müde. Schön, dass wir den Schraubenzieher haben. Genau. Es ist nur an einem Punkt festgeschraubt. So ein... Das nennen die Arbeit? Sieh zu, dass der Köter nicht kläfft und weckt mich nach der Schicht. Verstanden? Wie kannst du an so einem Ort schlafen? Und der General ist auch hier. Knirscht mit den Zähnen und seinem verdammten Bein. Sieh zu und lade. Sieh zu und lade. So, da hinten ist nichts. Straßen sind nicht mehr sicher. Hat der denn was an der Tasche? Nein. Aber das Stehlen habe ich ja nicht. Ich habe ja nur das Hervorheben in dem Fall. Oh. So, da muss ich einigen noch mal. Gleich kurz in das Fokus-Ding reingehen. Um das nochmal durchzulesen, was das war. Fähigkeit versteckte Beute aufzuspüren. Zubababa. Okay, Intuition. Das heißt, dafür braucht ich keinen Fokus. Das heißt, man hätte sie begraben sollen. Dann geht's auch weiter. Uh. Sehr schön. Die E-Taste hält das lang genug dabei. Sehr schick. Ich schätze, der Hund ist aufmerksamer als sein Herrchen. Mhm. Das ist dieser blöde Köter. Jetzt muss ich nur erstmal hier vorbei und an den irgendwie ran. Ach, bitte, bitte. Bitte, bitte. Hoffentlich hat das geklappt, ey. Die Ziele. Gescheitert. Bleibe unentdeckt. Ja, dann. Wann habe ich denn zum Letzt gespeichert? Ah. Immer derselbe Schwachsinn. Ich habe den Hund nicht gefunden. Ich schätze, der Hund ist aufmerksamer als sein Herrchen. Schade. Da hinten wäre bestimmt noch sehr viel gewesen, was ich hätte mitnehmen können. Die Möglichkeit hier einfach so durchzugehen. Gibt's natürlich. Ah, wunderbar. Das lässt sich nicht alles mitnehmen. Oh, schön. Alles noch im Bereich des Machbar. So, jetzt aber. Ich will trotzdem noch wissen, was hinter diesem einen Typen lag. Gibt's bestimmt noch ein paar Sachen, die man mitnehmen könnte. Wenn ich hier fertig bin, hat hier niemand mehr überhaupt eine Tasche, um was reinzulegen. Ich kann natürlich auch die ganze Zeit die Leute ausmachen. Aber das wird dann, ja, sich je nach Situation ändern. Ob ich denn hier jemanden ausmachen kann oder nicht. Das ist eine Explosionsspur. Sehr interessant. Wieder Trockenfleisch. Kann ich dem denn etwas abnehmen? Kann ich dem denn noch mehr abnehmen? Hat er denn den Schlüssel dabei? Hat er nicht. Schade. Der Typ da hinten, der sieht überhaupt gar nichts. Oder kriegt nichts mit. Den hier vorne, den kann ich eigentlich in jeder Zeit ausmachen. Da würde auch nie jemand was sagen. Aber muss ich jetzt ja nicht machen. Weil ich habe hier alles, was nicht interessant wäre, ja mitgenommen. Fast alles. Jetzt habe ich zumindest alles mitgenommen. Sehr schön. Ich mag diese Sicht, wenn es dann noch einmal hier mehr anzeigt als gewollt. Schick, schick, schick. So, dann da unten wieder durch. So. Hui. Da geht es jetzt lang. Wegen der Börse und wegen dem Zahnrad haben wir das. Das Ganze gemacht. Hat sich also gelohnt. Oh, mein. Sehr viele Zahnräder, die hier einfach zum Mitnehmen sind. Das sieht anscheinend klein. Faszinierend. So, jetzt die Frage, wie klicke ich das denn hier auf? Und wann bekomme ich einen neuen Fokuspunkt? Oder kriege ich den nur von der alten? Kann ich eigentlich auch hier auf das Dach? Ach, nee, kann ich nicht. Sonst wäre ich hier natürlich von oben gekommen. Na gut. Ich kriege ja eh keine Erfahrung oder ähnliches. Von daher brauche ich mir ja auch keine Gedanken machen. Das ist auch schön. Das Einzige, was ich brauche, ist Kohle. Das ist das Beste. Ich sehe hier nirgendwo Erfahrung. Genau. Fokuspunkte werden nur durch Kohle freigeschalten. Oder durch, ja, Questfortschritte. Und da wir beides in so ziemlich Überfluss haben, ist auch alles in Ordnung. Wow, das ist ja mal cool. Kann ich da hochgehen? Oder sehe ich da einfach nur diese komischen Pipes? Wir hätten halt jemand irgendwas sagen können. Wieso kann ich hier runter, aber hier gibt es dann keinen Weg weiter. Wieso gibt es ja auch keine Schätze? Fast genial. Hier kann ich auch nirgendwo reingehen. Schade. Es sind hier Wachen. Ich sehe hier keine Wachen. Ich sehe hier nur eine Mondpflanze. Direkt irgendwo, irgendwo, irgendwo. Aaron. Oh, das sind die Guten. Aaron. Bin ich krank. Da ist... Northcrest Manor. Von diesem Ufer des Flusses sieht es aus wie ein Mausoleum. Da war irgendjemand im Geist dabei. Weil wir halluzinieren ja nicht. Zumindest nicht. Alter, was haut denn da die ganze Zeit um? Ein bisschen mehr Liebe beim Laufen, ne? Nicht, dass wir hier noch entdeckt werden, wenn er hier zu laut rumläuft. Was ist das? Eine Tür, die man nicht öffnen kann. Hier kann man nach oben klettern. Werde ich mir demnächst auch noch mit anschauen. Aber jetzt erst mal nicht. Gibt es wichtigere Sachen. Zum Beispiel da hochzukommen. Oder da hochzukommen. Oder da hochzukommen. Oder sonst irgendwo hochzukommen. Wo man natürlich jetzt gerade nicht hochkommt, weil alles irgendwie gerade gegen einen läuft. Aber egal. Dann machen wir mal Hauptpress. Jetzt kommt auf einmal Third Person. Was ist denn hier verkehrt? Das ist schick. Echt schick. E zum Abseilen. Alter, ist das geil. Der hat da Ding da dran noch ein Seil. Wie cool ist das denn? Damit er zur Not nicht runterfällt. Schick, schick. Dann gehen wir halt mal hier rüber. Und hier runter. Ja, jetzt die Frage. Mit der Taste. Der Taste. Wow. Sehr gute Frage. Wir haben ihn ganz vorsichtig gefahren. Ihr behandelt ihn doch mit Respekt. Nicht wahr? Respekt. Klar. Stell dir... Alter, das war ja cool. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Seit wann? Und was ist das für ein komischer roter Nebel? Oder orangener Nebel in dem Fall. Ich kann ja auch nicht mit Leertaste schneller rumrennen. Auch ziemlich schade. Geht's nach oben. Ich bin sicher, ich hab's reingesteckt. Mist. Das find ich hier nie wieder. Ja. Wirklich. Puppen? Ich bin hier, um eine Leiche zu finden. Keine. Aber Puppen? Ich bin ja raus, wohin die Leiche gebracht wurde. Mal schön. Gehen wir erstmal nach oben. Mal schauen, was es hier noch so gibt. Inventar voll. Na, dankeschön. Oh, kacke. Ich muss aufpassen, dass ich hier nichts umwerfe. Wieso sind hier Puppen? Fragen über Fragen über Fragen. Okay. Jetzt aber mal kurz auf die große Karte geschaut, damit ich weiß, wo es überhaupt lang geht. Okay. Hier bin ich richtig. Weil ich hier falsch bin. Ich will ja so viel wie möglich Informationen bekommen. Die bekomme ich am schnellsten und am besten, wenn ich mal endlich diese blöde... Lichtkacke ausmache. Na gut. Was haben wir noch? Ein Mikroskop. Noch was. Okay. Jetzt könnte ich raten. Ist hier was drin oder nicht? Nicht in dem Fall. Weil die Handabdrücke fehlen. Aber hier ist was drin. Oh, was ist denn das für ein Scheiß? Ich habe das genommen, um ein bisschen verlässlicher in die ganzen Dingern durchsuchen zu können. Aber nee. Nicht für sowas. Schön. Ein goldenes Zahnrad und eine Lupe. Lupen sind auch ziemlich interessant, wenn es angeht.